Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Scholz hat weitere Entlastungen für die Bürger angekündigt, um die hohen Preise abzufedern. Die Regierung werde alles tun, um das Land gut durch diese schwierigen Zeiten zu bringen, sagte er bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. Fast zwei Stunden stellte sich Scholz den Fragen der Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten, unter anderem zur Energiekrise. Erste Sommerpressekonferenz als Bundeskanzler. Früher waren die Termine oft launig, aber die Zeiten sind andere. Denn Krisen machen keine Sommerpause und es gibt viele. Die wichtigste Frage, wie hart wird der Winter? Wir haben ernste Zeiten, das, glaube ich, weiß jeder und jede in diesem Land. Wir werden helfen, das ist eine zentrale Botschaft. Der Kanzler verspricht, die Bürger weiter zu entlasten, vor allem die, die ganz wenig haben, aber nicht nur. Auch Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Wenn man jetzt die ganze Familieneinkommen zusammenrechnet, was alles so zu bewältigen ist, ist ziemlich klar, dass sie keine Rücklagen haben und dass sie sich bei den steigenden Preisen jetzt schon Gedanken machen, wie sie da durchkommen sollen. Wohngeld, Bürgergeld, steuerliche Entlastungen. Da wolle man was machen, sagt Olaf Scholz. Und das könne sich das Land auch leisten und trotzdem nächstes Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten. Sollten dann aber die Energiekonzerne mehr abgeben, darüber diskutiert auch die Ampel. Doch Scholz sagt, nein, eine Übergewinnsteuer stehe nicht im Koalitionsvertrag. Wir sind unterschiedliche Parteien und haben uns nicht durch den Koalitionsvertrag zu einem Vereinigungsparteitag versammelt, sondern zu einer gemeinsamen Regierung vereinbart. Und das werden wir auch hinkriegen und weitermachen. Und dann geht es um die eigene Vergangenheit, Hamburg und den Cum-Ex-Skandal. Der Verdacht, Scholz habe in seiner Zeit als 1. Bürgermeister geholfen, eine Bank vor einer Steuerrückzahlung von 47 Mio. Euro zu schützen. Der Kanzler weiß das von sich. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass irgendjemand mal sagt, okay, zweieinhalb Jahre habe ich es versucht rauszukriegen. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich gebe zu, ich bin Mensch genug. Ich freute mich, wenn das der eine oder andere Mal über sein Herz bringt. Der Kanzler bleibt länger als geplant. Die letzte Frage, vermisst er seine Vorgängerin? Ich telefoniere gern mit ihr, aber ich bin jetzt auch gerne Bundeskanzler. Also, falls das die Frage war. Nach 100 Minuten ist die 1. Sommerpressekonferenz vorbei. Wenig Zeit für viele Fragen. Zum Sommerinterview von Kanzler Scholz. Jetzt Tina Hassel, live aus Berlin. Nun, der Kanzler hat heute eine Gratwanderung versucht, einerseits die absehbar schwierige Lage im Herbst und Winter nicht zu beschönigen, gleichzeitig aber Ruhe zu vermitteln und den Menschen die Angst zu nehmen. Deshalb wiederholte Scholz gleich mehrfach seine Botschaft, niemand wird allein gelassen und versprach ein drittes Entlastungspaket, das diesmal alle berücksichtigen soll. Auch die, die bislang eher wenig bedacht wurden, wie Studenten, Rentner oder Menschen mit kleinem Einkommen. Konkreter wurde er aber nicht. Und er ließ sich eine Hintertür offen. Am Ende werde Kassensturz gemacht. Und man sehe, was man sich leisten könne, im Rahmen der Schuldenbremse. Und damit hat sich der Kanzler hinter seinen Finanzminister gestellt und auch Lindners Steuerpläne gelobt. Dass Scholz viele Streitthemen der Ampelpartner mit dem Hinweis abräumt, das stehe nicht im Koalitionsvertrag, zeigt, er will die Ampel auf jeden Fall zusammenhalten. Aber alle zentralen Versprechen hätten weiter Bestand, trotz aller Krisen. Wie das aber finanziert werden soll, das hat Olaf Scholz heute nicht verraten. Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Die Pläne von Bundesfinanzminister Lindner zur Entlastung der Steuerzahler stoßen weiter auf Kritik. Die wirtschaftsweise Grimm sagte der Rheinischen Post, Lindners Vorhaben komme zum falschen Zeitpunkt. Es sei zwar prinzipiell richtig, angesichts der hohen Inflation, die Mitte der Gesellschaft zu entlasten. Derzeit bräuchten aber vorwiegend Menschen mit unteren und mittleren Einkommen Unterstützung. Der Deutsche Städtetag warnte vor Ausfällen in Milliardenhöhe und forderte einen Ausgleich für Kommunen. Für die Ukraine sind weitere Finanzhilfen beschlossen worden. Dänemark und Großbritannien organisierten dazu eine Konferenz in Kopenhagen. Sie brachte Zusagen über rund 1,5 Milliarden Euro. In einer Videoschalte bat der ukrainische Präsident Zelenskyy um Geld für Waffen, Munition und Ausbildung. Er warnte davor, russische Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporizhia könnten verheerende Folgen haben. Viele Ärztinnen und Ärzte in Kliniken fühlen sich überlastet. Das ergab eine Umfrage der Gewerkschaft Marburger Bund unter 8.400 Mitgliedern. Ein Viertel der Befragten erweckt demnach, wegen Arbeitsüberlastung den Beruf zu wechseln. Kritisiert werden vor allem überlange Arbeitszeiten, Personalmangel und unnötiger Verwaltungsaufwand. Gregor Schalhorn arbeitet seit Anfang des Jahres in dieser Hausarztpraxis. Vorher war er Oberarzt in einer Klinik. Doch er hatte genug von Überstunden und 24-Stunden-Diensten. Wenn man Pech hat, arbeitet man in 24 Stunden, 23 Stunden oder mehr. Mein persönlicher Rekord liegt bei 23,5 Stunden reiner Arbeit. Viele angestellte Ärztinnen und Ärzte denken deshalb darüber nach, komplett aufzuhören, zeigt die aktuelle Mitgliederbefragung des Marburger Bundes. 25% der Befragten stimmten dem zu, 18% zeigten sich unschlüssig und für 57% ist es aktuell kein Thema. Dieser junge Arzt arbeitet noch in einem Klinikum. Seine Stimme haben wir nachgesprochen, Überarbeitung kennt er. Wenn man jetzt z.B. einen Kaiserschnitt macht und der entbindenden Frau eine Rückenmarksanästhesie stechen möchte, dass man einfach merkt, dass man ungeschickt ist. Das ist so ein bisschen, als hätte man ein, zwei Glühweinintus und würde dann mit dicken, fetten Winterhandschuhen versuchen, seine Schuhe zu binden. Die Politik müsse eingreifen, fordert der Marburger Bund. Auch bei den ärztlichen Dokumentationspflichten. Denn 57% der Befragten gaben an, allein damit mehr als 3 Stunden täglich zu verbringen. Besonders alarmierend ist, dass ärztliche Arbeitskraft in Deutschland leider weiterhin verschwendet wird in Krankenhäusern durch überflüssige Dokumentation, durch schlechte Digitalisierung. Werde nicht sofort umgesteuert, so der Marburger Bund, könnte sich der Ärztemangel in den Krankenhäusern noch verschärfen. Ein massives Fischsterben entlang der Oder alarmiert die Behörden in Brandenburg. Immer mehr Flussabschnitte sind betroffen. Tausende tote Tiere werden an die Ufer geschwemmt. Was genau zu ihrem Tod führt, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Auch ein Chemieunfall wird nicht ausgeschlossen. Umweltverbände sprechen von einer ökologischen Katastrophe. Es sind tausende tote Fische, die an der Oder angeschwemmt werden. Im polnischen Zubice sammeln Freiwillige die stinkenden Kadaver aus dem Wasser. Auf der deutschen Seite passiert das noch nicht. Die Behörden warnen davor, die Fische anzufassen. Kontakt zum Wasser, Baden, Angeln, alles verboten. Begonnen hat das Fischsterben in Polen vor 14 Tagen. Die deutschen Behörden seien nicht informiert worden. Wir wissen, dass Lösungsmittel in die Oder abgeflossen sind, aber eben wurden nicht auf dem offiziellen Wege darüber informiert. Wir wurden aufmerksam dadurch, dass ein Schiffführer beim Landeslabor Berlin-Brandenburg angegeben hatte, tote Fische gesehen und gefunden zu haben. Wasser und Fischproben werden jetzt vom Landeslabor analysiert. Doch das könnte Tage dauern, weil niemand weiß, wonach man suchen soll. Der Schaden für die Fischerei und für die Umwelt bisher nicht absehbar. Das, was wir jetzt sehen mit den toten Fischen, die an der Wasseroberfläche schwimmen, ist tatsächlich nur der Gipfel des Eisberges. Viel, viel schlimmer und auch langfristig schlimmer sind tatsächlich die Schäden, die die Tiere und Kleinstlebewesen im Wasser haben, die im Sediment an den Pflanzen leben. Auffällig ist derzeit der hohe Sauerstoffgehalt der Oder. Wegen der Temperaturen müsste der deutlich niedriger sein. Das Landeskriminalamt und die polnischen Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf ein Umweltdelikt. Die fünf Gletscher in Deutschland schrumpfen offenbar im Rekordtempo. Auf der Zugspitze sei die Schmelze rund sechs Wochen weiter fortgeschritten als um diese Jahreszeit üblich, berichten Experten für Polar- und Meeresforschung. Ursachen sind danach ein schneearmer Winter und trockenheißer Sommer, vor allem aber der sogenannte Sahara-Staub. Die dunklen Partikel haben sich im Frühjahr auf den Gletschern abgelegt, mehr Sonnenenergie geschluckt als der weiße Schnee und ihn so schneller schmelzen lassen. Mehr als 1000 Feuerwehrleute kämpfen im Südwesten Frankreichs weiter gegen Waldbrände, den dritten Tag in Folge. Mehrere europäische Staaten haben inzwischen Unterstützung geschickt. Besonders betroffen ist das Departement Gironde an der Atlantikküste. Bei Bordeaux haben die Flammen seit Dienstag tausende Hektar Wald zerstört. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Ruinen. Mehr lässt das Feuer nicht übrig. 17 Häuser sind im Südwesten Frankreichs schon zerstört. 10.000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Das Feuer war direkt vor meinem Haus. Das ist heftig, wenn man diese Flammen sieht. Und man muss einfach weg und weiß nicht, ob das Haus noch steht, wenn man zurückkommt. Die Feuerwehrleute kämpfen gegen die sich ausbreitenden Flammen. Eigentlich waren die Waldbrände, die seit Mitte Juli wüteten, unter Kontrolle. Die Behörden vermuten, dass sie durch Brandstiftung wieder angefacht wurden. Temperaturen bis zu 40 Grad und die starke Trockenheit erschweren die Löscharbeiten. Die französische Premierministerin spricht von extremen klimatischen Bedingungen. Wir sind dabei, unsere Mittel zu verstärken, um in Zukunft besser gegen Brände gewappnet zu sein. Und wir müssen uns auf solche Ereignisse vorbereiten, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Um die Einsatzkräfte zu unterstützen, sind die ersten Feuerwehrleute aus Deutschland eingetroffen. Auch aus anderen europäischen Ländern soll Hilfe kommen. Im Freizeitpark Legoland im bayerischen Günzburg hat es einen schweren Unfall auf einer Achterbahn gegeben. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein Zug stark ab. Ein weiterer fuhr auf. Mindestens 31 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Park blieb trotz des Unfalls geöffnet. In Wuppertal ist eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Laut Rettungskräften schwebt sie aber nicht in Lebensgefahr. Nach Angaben des Hauses der Integration setzten Kollegen der Frau den mutmaßlichen Täter fest und übergaben ihn der Polizei. Es handele sich um einen 20 Jahre alten Syrer, hieß es aus Ermittlerkreisen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Ermittlungen gegen die zurückgetretene ABB-Intendantin Schlesinger führt jetzt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Sie habe den Fall an sich gezogen, weil sie ihm eine herausragende Bedeutung zumesse, so ein Justizsprecher. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreu- und Vorteilsannahme gegen Schlesinger, sowie gegen ihren Mann und gegen den ebenfalls zurückgetretenen Chef des ABB-Verwaltungsrates Wolf. Außerdem wurde bekannt, dass der Rundfunkrat seine geplante Sondersitzung auf den kommenden Montag vorgezogen hat. Die Ruhr-Triennale 2022 ist am Abend eröffnet worden. Bis Mitte September sind mehr als 100 Veranstaltungen geplant. Spielorte sind Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck. Das internationale Festival der Künste gibt es seit 20 Jahren. Die ehemaligen Hallen der Kohle- und Stahlindustrie werden seitdem mit neuem Leben gefüllt. Mit dieser Sonate eröffnen Musiker vor wenigen Minuten zeitgleich an drei Spielorten im Ruhrgebiet die 20. Ruhr-Triennale. Inszeniert als Verbeugung an das Ruhrgebiet. Im Mittelpunkt steht die Jahrhunderthalle in Bochum. Mit ihren stählernen Bögen gilt sie als Kathedrale der Industriekultur. Hier will die Schweizer Intendantin Begegnungen schaffen. Durch diese Umwidmung der Räume entsteht eben auch da wieder sozusagen ein Dialog zwischen dem, was hier mal war, industriell, was mit Arbeit zu tun hatte, mit einem Begriff von Fortschritt. Und das mischt sich sozusagen mit den Softskills von den Künsten. Und so nutzen die Künstlerinnen und Künstler die Industriekulisse für ihre Werke wie in dieser Installation mit Baggern, die ein Eigenleben entwickelt haben. Der inhaltliche Schwerpunkt der Triennale in diesem Jahr, die Gesellschaft und der Verlust des moralischen Kompass. Im Moment sind so viele Krisen gleichzeitig am Laufen, dass wir falsch reagieren. Wir beschleunigen uns, anstatt uns zu verlangsamen. Wir hören uns noch weniger zu und wir bewegen uns teilweise, sag ich mal, relativ blind. Bis Mitte September werden 500 Künstlerinnen und Künstler aus der Region und aus aller Welt in ehemaligen Kuckereien und Maschinenhäusern ihre Tanz- und Theaterstücke sowie Konzerte zu diesem Thema aufführen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 12. August. Ein Tief in höheren Luftschichten, das Richtung Ostalpen zieht, sorgt morgen im Südosten für ein paar Gewitterschauer. Richtung Südosten in der Nacht am ehesten ein paar Wolken, sonst ist es meist klar. Am Tag vom Westen und Nordwesten bis zur Mitte Sonne, im Osten und Südosten Sonne und Quellwolken. Vom Erzgebirge über den Barischen Wald bis zum Berchtesgadener Land am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. In der Nacht 20 bis 7 Grad, am Tag 21 Grad im Berchtesgadener Land, 34 Grad am Niederrhein. Am Samstag vor allem in Brandenburg und Sachsen einzelne Gewitterschauer, sonst oft Sonne. Am Sonntag weiter viel Sonne, Quellwolken in der Nordosthälfte, vereinzelt ein Gewitterschauer, ganz im Südwesten später wolkiger. Am Montag im Osten ist freundlich, sonst neben Sonne dichte Wolken mit teilweise kräftigen Gewitterschauern. Am Montag im Osten